Gute Morgen wollte ich dir nur sagen, ich muss mal eben kurz duschen. Und jetzt beunkerts. So, jetzt fange ich schon an zu verducken, jetzt muss ich mich pfödeln. So, gefall ich dich besser. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir WDR 2 an. Und dann hören wir die Steffi gleich vielleicht. Und tschüss.